Wir, die BAWAG PSK, gehören mit über 500 Filialen, die sowohl den vollen Umfang an Bank- sowie Postservices unter einem Dach anbieten, zu den größten Kundenbanken Österreichs. Wir begegnen unseren Kunden auf Augenhöhe und bieten ihnen immer wieder neue Services und Lösungen. Neben den längsten Banköffnungszeiten bietet die BAWAG PSK ein modernes Multikanalangebot, welches E-Banking, eine mehrsprachige mobile App, ein Kundenservice-Center für telefonische Anfragen sowie moderne Selbstbedienungszonen in den Filialen umfasst. Durch unser einzigartiges Filialkonzept bleibt unseren Kundenmanagern mehr Zeit für die Kunden selbst. Acht von zehn Personen, die unsere neuen Filialen betreten, um ihre Postgeschäfte abzuwickeln, sind noch keine BAWAG PSK Kunden. Während die Frequenzmanager diese Personen als mögliche neue Bankkunden ansprechen, können sich die Bestandskundenmanager optimal auf die Beratung konzentrieren. Die kompetente Beratung von Neu- sowie Bestandskunden wird zudem zentral unterstützt. Auf unserer Intranet-Vertriebsplattform findet man alle tagesaktuellen Informationen, um unsere Kunden optimal beraten und servicieren zu können. Darüber hinaus bieten wir jedem Kundenbetreuer umfangreiche Möglichkeiten zur Weiterentwicklung. Von der Retail-Grundausbildung über diverse Module von persönlichkeitsbildenden Seminaren bis hin zu Selbstlernprogrammen. Unsere Kundenberater und Kundenberaterinnen gestalten die Zukunft einer aufstrebenden Bank. Der BAWAG PSK. Sie sind Teamplayer, getreu unserem Motto One Bank, One Team.